einen wunderschönen guten tag und wieder mal herzlich willkommen zum c sharp tutorial ich werde mit euch heute noch einige grundlagen mehr oder weniger der konsole besprechen also wie man einzelne pixel in die konsole zeichnet und generell wie man die konsole so bedient mehr oder weniger also es gibt zu beginn einmal was wir schon gelernt haben die konsole punkt reitlein und die konsole punkt reitlein methode die konsole punkt reitlein gibt das aus die konsole punkt Friedland liest etwas ein dieser studio hängt sich wieder auf genau gut es gibt aber noch etwas mehr andere methoden und die werde ich jetzt sogar mehr oder weniger nach der reihe oder nicht nach drei aber jeder auf jeden fall durchgehen sind sie jede wichtige also wir hatten hier konsole punkt reitlein da gibt es noch konsole punkt reit das macht dasselbe wie die konsole punkt reitlein nur ist bei der konsole punkt reitlein ein zeilen umbruch das hinter hinter das bedeutet wenn wir jetzt konsole punkt reit dann wird dieser string zuerst angezeigt und dann erst also ohne umbruch dann der nächste gut dann gibt es noch konsole punkt z windows da können wir ich bin mir gerade nicht sicher welche reihenfolge das war ja okay so geht es auf jeden fall es gibt eine maximale dimensionsgröße moment ich glaube das waren 80 und 120 wenn ich mich nicht irre ja okay 84 und keine ahnung was wenn wir gleich rausfinden 240 knapp daneben also das wäre jetzt die maximale konsolengröße also ziemlich fullscreen und man hat aber diese scroll bar daneben die ziemlich nervt und die bekommt man weg in dem man ich mache es jetzt mal etwas kleiner indem man konsole punkt set buffer sei es macht und das ganze auf dieselbe größe das bedeutet man hat jetzt den buffer also dass die jedes zeichen muss angezeigt werden kann ist genauso groß wie das fenster das bedeutet man hat das ganze fenster ohne eine scrollbar zur verfügung sozusagen gut das macht man am besten noch vorher vom code konsole punkt dann gibt es noch read key und read das ist auf das werde ich jetzt nicht genauer eingehen auf street werde ich schon genauer eingehen aber erst im nächsten teil weil da werden wir nämlich ein kleines spielchen programmieren in der konsole konsole punkt read key macht nichts anderes als einfach eine taste einlesen also zum beispiel ist die cursor tasten oder irgendwelche buchstaben und konsole punkt read liest ein zeichen aus der konsole also dasselbe wie read line ist es grundsätzlich nur ohne dass man enter drücken muss das open standard error input und output ist mehr oder weniger unnötig weil das standard input und standard output wäre eigentlich also auf das greift man mit read line und write line zu deswegen ist es ziemlich unnötig gut was noch wichtig ist ist vor ground color und background color also wenn wir das jetzt zum beispiel da ist konsole color punkt green zum beispiel sagen dann wird dieser text da in grün angezeigt werden das bedeutet man setzt die vordergrund farbe und wenn man die nachher wieder anders haben will dann setzt man sie einfach noch mal konsole punkt vorgabe ist gleich punkt blue zum beispiel dann wird der eine teil in grün unter anderem super lesband blau angezeigt ja konsole punkt was gibt es noch so punkt clear löscht einfach alles was in der konsole momentan steht das ist jetzt kriegen wir keine keine ausgabe und etwas das noch sehr wichtig ist vor allem dann bei dem spielchen was wir schreiben werden ist punkt set cursor position da kann man auf einen gewissen pixel in der konsole einen zeichen malen sozusagen also wenn wir sagen 10 und 5 und dann konsole punkt right eine raute zum beispiel dann wird das ungefähr da angezeigt werden dann gibt es noch was mehr oder weniger wichtiges und zwar punkt konsole punkt punkt cursor visible ist gleich entweder true oder false das ist ein booleinscher wert wenn man den auf false setzt dann sieht man den cursor nicht also diesen blinkenden unterstrich was ziemlich nützlich ist eben auch für spiele programmierung ja im grunde genommen für unsere zwecke denke ich mal war ist das eigentlich mit der konsole konsole punkt background color funktioniert genauso wie konsole punkt foreground color ich kann sie auch mal herzen konsole punkt background color ist gleich konsole color punkt yellow zum beispiel hätten wir da blau auf gelb und um die farbe wieder zurückzusetzen nimmt man konsole reset color dann wird die farbe zurückgesetzt und diese raute da würde dann wieder in weiß auf schwarz gedruckt werden ja gut jetzt ist es glaube ich alles was man zumindest momentan so alles wissen muss und wir sehen uns dann wenn wir unser konsolenspiel entwickeln auf wiederschauen